Wenn du mich anrührst, bringen sie dich um! Zurück, du Freak! Wenn du mich anrührst, bringen sie dich um! Oh Gott! Bleib mir vom Leib! Bleib mir vom Leib! Bleib mir! Hör ich! Komm dich, Hör ich! Bitte! Zorab, du Freak! Wenn du mich anrührst, bringen sie dich um! Oh Gott, bleib mir vom Leib! Bleib mir vom Leib! Zorab, du Freak! Oh Gott, bleib mir vom Leib! Bleib mir vom Leib! Wenn du mich anrührst, bringen sie dich um! Zorab, du Freak! Oh Gott, bleib mir vom Leib! Bleib mir vom Leib! Wenn du mich anrührst, bringen sie dich um! Zorab, du Freak! Wenn du mich anrührst, bringen sie dich um! Wenn du mich anrührst, bringen sie dich um! Zorab, du Freak! Oh Gott, bleib mir vom Leib! Bleib mir vom Leib! Zorab, du Freak! Zorab, du Freak! dice dich um! Du Freak! Scheiße! Ich du seit! Wenn du mich anrührst, bringen sie dich um! Die Fledermaus! Ich brauche Hilfe, bitte! Ich brauche Hilfe, bitte! Oh Gott, bleib mir vom Leib! Bleib mir vom Leib! Zorab, du Frick! Zorab, du Frick! Wenn ich die Unfallstelle verlasse, wird der Fahrer entkommen. Ich brauche Hilfe, bitte! Oh Gott, bleib mir vom Leib! Bleib mir vom Leib! Zorab, du Frick! Wenn du mich anrührst, bringen sie dich um! Oh Gott! Bleib mir vom Leib! Bleib mir vom Leib! Zorab, du Frick! Oh Gott, bleib mir vom Leib! Bleib mir vom Leib! Wenn du mich anrührst, bringen sie dich um! Zorab, du Frick! Oh Gott, bleib mir vom Leib! Oh Gott! Bleib mir vom Leib! Bleib mir vom Leib! Zorab, du Frick! Wenn du mich anrührst, bringen sie dich um! Oh Gott! Bleib mir vom Leib! Zorab, du Frick! Wenn du mich anrührst, bringen sie dich um! Oh Gott! Bleib mir vom Leib! Bleib mir vom Leib! Wenn du mich anrührst, bringen sie dich um! Zerab, du Freak! Wo ist Scarecrow? Fahr zur Hölle! Wo ist er? Ich hab dir nichts zu sagen, Batman! Rede! Oder ich werd dir alle Knochen brechen! Okay, okay! Er arbeitet von einem Penthouse in Chinatown aus! Ich schwöre, mehr weiß ich nicht! Wenn du lügst, brech ich dir den anderen! Den anderen was? Oracle, sieh dir die gerade hochgeladene Analyse an. Klar. Ist es das, wonach es aussieht? Scarecrow's neues Toxin. Eine nicht kontaminierte Probe. Kein Scherz. Ich bereite eine chemische Analyse auf dem Bad Computer vor. Was wirst du jetzt tun? Scarecrow hat in der Nähe einen Unterschlupf. Ich starte ihm einen Besucher. Hoffentlich ist das der Durchbruch, den wir brauchen. Ich muss noch ein Spielzeugladen ausräumen. Ich hab meinem Jungen gesagt, dass ich jemanden geschenkt habe, den wir brauchen. Ich bin derjen. Wir brauchen einen schweren Ergang. Ich bin der Weg. Bitte schau sie noch. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Sie bin der Weg. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Der Weg! Endlich gehört Gotham den richtigen Leuten. Ruhals lassen wir uns das nehmen. Evakuieren? Vergiss es. Scarecrow macht mir keine Angst. Das ist der Ort. Ich sollte oben im Penthouse nachsehen. Wie lange behalten wir sie da drin? Bis wir den Befehl kriegen Gas reinzulassen. Gebt euer Bestes. Die Langeweile bringt mich um. Aber keine Sorge. Du bekommst schon was du verdienst wenn wir hier fertig sind. Warum warten? Wir könnten hier gleich eine Dosis verpassen. Von mir aus. Ich sag Scarecrow dann das ist eine Idee. War nur ein Witz. Hat sich mich so angehört. Was? Ich will doch nicht dass er denkt ich verstoße gegen die Anweisung. Hast du ihn gesehen? Ja von nah an. Der hat irgendwas mit seinem Gesicht gemacht oder? Sieht aus als ob er Stücke mit einem Messer rausgeschnitten hätte. Das heißt so ein Freak namens Killer Croc hat ihm das Gesicht zerfetzt. Das heißt so was der da ist. Nicht gerade überraschend. Ihr solltet euch mehr um eure Sicherheit kümmern. Leider doch still wenden. Genau hierzu bin ich dabei. Ich hab schon Bäume mit schnelleren Wunschwecken gesehen. Kommt mir. Nun, das macht das Ganze ein wenig interessanter. Sir, es ist Fatman. Er ist hier. Hast du erwartet mich zu finden? Da muss ich dich leider enttäuschen. Sieh dir die Kammer an. Ich will, dass du die Angst zu spüren bekommst. Hör zu, Bad Freak. Wir gehen jetzt hier raus. Schön langsam. Wenn du was dummes versuchst, blas ich dir den Schädel weg. Bezaubernd. Aber nur einer von uns verlässt diese Zelle. Bitte. Was willst du hier? Warum hat Scarecrow dich eingesperrt? Kein Hallo? Sag schon. Und wenn ich keine Lust habe? Dann brennt jede Pflanze in Gotham. Alles begann mit dem Treffen. Welches Treffen? Alle waren da. Pinguin, Two-Face, Riddler. Sogar Harley. Scarecrow hatte angeblich einen Plan. Wir würden dich gemeinsam erledigen. Und Gotham würde dann uns gehören. Nur über meine Leiche. Genau das war wohl der Plan. Ich sagte, seine lächerlichen Spiele interessieren mich nicht. Als ich zu mir kam, war ich plötzlich eingesperrt. Wie schade, dass ein widerliches Toxin bei mir nicht wirkt. Die Natur siegt immer. Wird es je lernen. Du kommst mit mir. Hättest nur fragen müssen. Was ist los? Was ist los? Los, los, los! Wir haben das, Teezer. Er ist um Singleteam. Keine Bewegung. Bist du sicher, dass er es ist? Bestätigt, es ist Batman. Der Panzer, den sie haben, ist unbemannt. Gut. Ich dachte, das würde schwer werden. Ein Panzer reichte schon aus. Und wir haben... Eine Armee für dich hergebracht. Eine Schande. Das ist das, wovor... Jungs. 60 mm geschützt. Einsatzbereit. Aufstandsbekämpfung aktiviert. Batman, ich habe sechs unbemannte Panzer gesichtet, die sich durch Chinatown bewegen. Die sind jeden Moment da. Die sind jeden Moment da. Das war's. 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 Das war's.